Herzlich Willkommen beim Keduma Podview, eine Mischung aus Podcast und Interview mit Luzi und den Stimmen hinter den kleinen Stars vom Keduma Marionettentheater. Gute Unterhaltung. Hallihallo meine Lieben, hier ist wie gesagt schon wieder euer Luzi vom Keduma Marionettentheater. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei unserem neuesten Podview. Ja, wenn ihr im Hintergrund irgendwas fiepsen hört, wir sind immer noch nicht in einem nepalesischen Restaurant, sondern immer noch bei Sud und Mandy zu Hause. Die haben Meerschweinchen. Die gibt es aber heute nicht in der Pfanne. Ja, ähm, wo wir auch schon beim Thema sind, Sud und Mandy. Heute geht es um Mandy S. Die hat mir auch schon ein Getränk dargestellt. Erstmal Prost! Und zwar mein Lieblingsgetränk, das ist abgestandenes Wurstwasser. Das ist ein ganz besonderer Schmackenfatz für mich. Ja, und, ähm, ja erstmal, hallo Mandy, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Wie geht's dir? Gut. Das ist schön. Also erstmal zu deiner Person. Du heißt Mandy S., bist geboren 1988. Seit 2019 bist du bei Keduma und seit 2020 auf Chefposition zusammen mit Sud und Ganta. Seit 2019 bist du auch mit Sud verheiratet. Ihr habt einen gemeinsamen Sohn und bei den Live-Auftritten hilfst du mit Ganta beim Aufbau und spielst die Handpuppe Fritz Groß in den Pausen. Ansonsten hilfst du bei den Filmen auch als Szenenberaterin, Puppenspielerin, Lichttechnikerin und Kamerafrau. Also du machst nicht nur Synchronisation, sondern auch viel hinter der Kamera. Ähm, du synchronisierst, wie schon gerade angesprochen, ähm, in Filmen und zwar sprachst du in Monsterican Night, die Nacht der Monster, das allererste Mal, als Esmi eine Gastrolle in Deutsch und Englisch, ist richtig? Ja. Und in Gockel Fallada und der Vagabund, da sprachst du das computeranimierte Eichhörnchen Stella und, also das war eine Nebenrolle und eine Gastrolle oder Komparsenrolle als Frau in der Menge. Und zuletzt hat man dich gehört in Zauberer Zakedos als Kathikrähe und als Maus, die die ganze Zeit auf der Suche nach Sujukwurst war. Ähm, letzteres sogar mit einer veränderten Stimme, sodass die sich richtig piepsig angehört hat. Ähm, wie war das eigentlich, ähm, dich dann mal mit veränderter Stimme zu hören? Ja, war, war sehr gut. Hast du dich da auch noch rausgehört, wiedererkannt oder was? Ja, habe ich. Ja? Also war nicht total verfremdelt? Nein. Okay, das ist sehr schön. Ja, fangen wir an mit den wunderbaren 20 Fragen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Antworten. Mandy, Frage 1, welche Rolle war bislang deine Lieblingsrolle und warum? Stella, das Eichhörnchen war meine Lieblingsrolle. Ja, die Stella, warum? Weil, ähm, sie hat einen schönen Namen und, ähm, mir gefiel, gefiel es. Ja, also, ähm, ihr habt auch eines eurer Meerschweinchen-Stella genannt. Hatte das irgendwas damit zu tun oder war das ein Zufall? Zufall. Okay. Ähm, Frage 2, was sind charakterliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dir und deiner Lieblingsrolle, also zwischen dir und dem Meerschweinchen-Stella? Was verbindet euch oder was sind Unterschiede? Habe ich keine. Außer jetzt die, die optischen Veränderungen. Das ist, äh, Eichhörnchen in TS und du ein Mensch. Ja. Und, ähm, Gemeinsamkeiten auch keine oder doch oder? Keine. Keine? Ihr habt keine Gemeinsamkeiten. Na gut. Auf jeden Fall ist es, äh, sehr, sehr schön damals, äh, eingesprochen worden. Und, ähm, ich weiß aus sicherer Quelle, dass irgendwann auch eine Fortsetzung geplant ist von Gockelfaller da und der Vagabund. Und, ähm, ja, vielleicht hört man dich ja dann wieder als Stella. Würde ich mich zumindest freuen. Ähm, Frage 3. Hast du eine Lieblingsfigur, also jetzt nicht eine Rolle, sondern eine Lieblingsfigur, unabhängig davon, ob du dieser Figur schon mal deine Stimme geliehen hast oder nicht? Gibt's eine Figur, die du richtig cool findest? Gretel. Gretel, oh, okay. Ähm, wie kommt's? Weil ich so klein ist. Ja. Und, äh, finde ich so super süß. Okay. Ja, dazu muss man sagen, Gretel aus, ähm, der Miniserie Gretel und Zauberer Zoppo ist auch eines der ältesten Figuren von Keduma. Ähm, Keduma hat ja ganz am Anfang noch, ähm, Handpuppen und Fingerpuppen gehabt. Und aus der Zeit der Fingerpuppen sind, äh, Gretel und Zoppo tatsächlich noch erhalten. Es sind also ursprünglich Fingerpuppen gewesen, die später dann nochmal umgearbeitet wurden, ähm, in ganz, ganz kleine, süße Marionetten. Und die Gretel, die hat's dir angetan? Ja. Okay. Ja, schön. Ähm, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, Frage 4. Ja, was gefällt dir beim Synchronisieren am besten? Dass man andere, also mal Englisch, mal Deutsch, also Deutsch finde ich am besten. Ja. Und, ähm, was, was macht dir so viel Spaß dran am, am Synchronisieren an sich? Das macht mir halt Spaß. Und, was genau? Das Einsprechen eines Figuren. Also, also generell in der Figur, äh, in der Figur, guten Morgen. Äh, in der Figur, äh, einer Figur deine Stimme zu geben. Okay. Ähm, ähm, was würdest du, also Frage 5, was würdest du bei Keduma für ein Projekt machen wollen, wenn du für eine Woche Chef sein dürftest? Also, du bist zwar jetzt schon in der Chef-Riga, klar, aber mal angenommen, du hättest jetzt, ähm, den Platz von Sud, von deinem Mann. Ähm, was für ein Projekt, für ein Filmprojekt oder für ein Serienprojekt, ähm, würdest du machen? Über, wie fällt nichts ein? Also, ähm, ein, ein Kinderprojekt oder ein Erwachsenenprojekt? Erwachsenenprojekt. Okay. Vielleicht über Meerschweinchen oder, ich, ich weiß es ja nicht. Ähm, 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 also irgendwas für Erwachsene auf jeden Fall. Okay, ähm, welche Rubrik? Tiere. Rubrik Tiere, okay. Ähm, hast du da so, also, ähm, was magst du da so am liebsten, so, ähm, ja, was würde passen? Horror, Romanze, Drama, Komödie, ähm, was, was würdest du... Was lustige. Also, also eher so Komödie in dem Bereich. Also, was Lustiges mit Tiere im Bereich Komödie. Ja. Okay, naja, vielleicht wäre dann ja, ähm, Lach- und Bettgeschichten 2 was für dich. Da haben wir ja im ersten Teil auch viel mit Tierfiguren gearbeitet. Ähm, ja, vielleicht sehen wir dich dann ja bei der Fortsetzung als, ähm, Drehbuchassistenz. Kann ja alles passieren. Ähm, Frage 6. Guckst du dir die fertigen Filme oder Serien auch an oder distanzierst du dich privat von den Projekten? Also, ich gucke die mir an. Ja. Ich finde das auch gut, dass man was, ähm, was zum Gucken hat. Ja. Die sind ja auch gut geworden. Ja. Das muss ich ja eigentlich sagen. Ja. Richtig toll. Ja, danke schön. Das, 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 das höre ich gerne. Du, ähm, hörst dir dann auch mal gerne deine eigene Stimme in, in den, äh, Filmen an? Oder sagst du dir dann immer so, oh je, jetzt, jetzt kommt eine Stelle, wo, wo ich eingesprochen habe? Also, wie, wie, äh, wie selbstkritisch bist du zu deiner eigenen Stimme, wenn du dich reden hörst in den Filmen? Ich finde das gut. Okay, das ist schön. Sind nicht alle so, muss ich dabei sagen. Ähm, äh, Frage 7. Von welchem Film oder welcher Serie würdest du dir eine Fortsetzung wünschen? Also, welche Geschichte zum Beispiel hat dir als Film so sehr gefallen, dass du gedacht hast, boah, da würde ich jetzt gerne wissen, wie es weitergeht? Also, Zauberer Zake. Zauberer Zake, das? Ja. Ja, bei Zauberer Zake, das ist es natürlich unheimlich schwer, ähm, da was Neues zu machen. ähm, wegen dem, äh, Urheberrecht natürlich, ähm, man kann versuchen, so wie wir es bei Dragonina gemacht haben, da konnten wir ja auch wegen dem fehlenden Urheberrecht nicht weitermachen, in, äh, Lach und Bett Geschichten, ähm, ne, ähm, ähm, kurzminütige Fortsetzung zu machen als Persiflage, also als Verarsche, ähm, ansonsten kann man nur sagen, ähm, Zauberer Zakedos ist ja ein Spin-Off zu der Kartoffelkönig und der Kartoffelkönig, der bekommt auf jeden Fall eine Fortsetzung, ob man da Zauberer Zakedos vielleicht nochmal in einer Rückblende sieht, weil es ja über den, äh, Prinzen auch noch geht, ähm, schauen wir mal, lassen wir uns überraschen, aber ich werde es auf jeden Fall Sud weitergeben und im Hinterkopf behalten, hätte ich jetzt übrigens auch nicht, äh, er unerwartet, Zauberer Zakedos als Fortsetzung, mal schauen, was man da machen kann, Frage 9, welche Projekte machen dir mehr Spaß, Projekte für Kinder oder für Jugendliche und Erwachsene und warum? Jugendliche und Erwachsene Also, du interessierst dich mehr so für Projekte für Jugendliche und Erwachsene, die machen dir mehr Spaß, daran zu arbeiten, warum? Weil, ähm, man nennt, nennt einen ein bisschen viel In, in, in welcher Art? Also, wenn man über, ähm, es gibt ja auch jugendfreie Filme Jugendfreie, ja Und, äh, das ist allein Verwachsene Ja Und, ähm, bei diesen Rubriken, da ist das ja viel Alters, ähm Altersklasse Ja Also bei, also, ähm, zusammengefasst, wenn ich dich jetzt richtig verstanden hab, dir gefallen die Projekte für das ältere Publikum besser, weil man da mehr Freiheiten hat Man, aber man muss nicht darauf achten, ob das noch, äh, äh, jugendfrei ist oder nicht, sondern kann die Szene dann so machen, wie einem, die am besten gefällt Ja Okay Ähm, dann Frage 11, nee, Frage 10, Entschuldigung, Frage 10, Frage 11 kommt erst noch Äh, Frage 10, was ist deine schönste Erinnerung bislang an Keduma? Auftritte Die Auftritte fand's am schönsten Ja Wo ich damit spritze Ja Ähm, die Kinder Und, äh, ja, die Eltern Ja Ähm, viel Spaß werden Das macht dir also unheimlich viel Spaß mit den Fans zu agieren Ja Hast du da einen besonderen Auftritt an, also ein besonderes Ereignis an, welches du gerne zurückdenkst, oder magst du generell Live-Auftritte mehr? Live-Auftritte mag ich gerne Also so generell alles? Ja Okay Jetzt kommen wir zur Frage 11 Warum hast du dich entschlossen fürs Synchronisieren bei Keduma zwischendurch, äh, also, ähm, zwischendurch, äh, noch mal Jetzt kommen wir aber zur Frage 11 Warum hast du dich entschlossen fürs Synchronisieren bei Keduma zwischendurch deine Freizeit zu opfern? Also, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ja, ich, ähm, spreche hin und wieder, ähm, filme ein Ich finde das gut, weil da hat man etwas anderes Ja Und, ähm, das tut auch mir gut, dass ich auch mal, äh, synchronisiere Ja Ähm, es tut dir gut, mal was zu machen, was nicht alltäglich ist, ja? Ja Okay Und, äh, wie kam es dazu und hast du gesagt, hey, Sud, wir sind jetzt verheiratet, jetzt, ähm, ja, lass mich mal einsprechen, ich will ein paar Rollen haben Oder ist Sud auf dich zugekommen und hat dich gefragt, du, äh, Wirtzimmer, oder, ähm Ich bin freiwillig Okay, ja, 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 freiwillig Ähm, äh, ja, davon gehe ich aus, dass du nicht gezwungen wurdest Los, sprich die Rolle ein Ähm, äh, äh, da Also, dass du, dass du freiwillig hier, äh, das ist schon, äh, das ist viel wert Ja, sonst zwingen wir immer unsere Synchronsprecher Ja Sperren die in den Keller ein, äh, geben dir nichts zu essen und zu trinken, bis die sich bereit erklären, aus der Not heraus zu synchronisieren Äh, äh, herrlich Nein, also, ähm, wurdest du gefragt, oder hast du selber, ähm, Sud darauf angesprochen? Ich wurde gefragt Ja Und dann habe ich ja gesagt Ja Und seitdem machst du es hin und wieder Okay Ähm, Frage 12 Frage 12 Vervollständige bitte folgenden Satz mit einem Wort Keduma ist für mich Schön Schön, okay Warum ausgerechnet das Wort schön? Weil es mir Spaß macht Okay Frage 13 Gibt es eine Aufgabe bei Keduma, abgesehen vom Synchronisieren und den anderen Aufgaben, die du ja im Hintergrund immer machst, ähm, welche du mal austesten wollen würdest? Und wenn ja, welche und warum? Mir fällt nichts ein, dass du... Also du bist voll... Ich bin voll zufrieden Ach, voll zufrieden und hast auch genug zu tun? Ja Okay, ähm, mal so aus Neugier am Rande, ähm, du bist ja immer dabei, wenn Sud neue Figuren bastelt aus Fimo oder am Nähen ist, ähm, wäre das mal experimentell was für dich, dich dran auszutesten, deine eigene Maronette zu basteln oder sagst du, nee, lieber nicht? Kann ich mal ausprobieren Okay Ja, es ist auf jeden Fall eine schöne, ehrliche Antwort Also halten wir mal fest Dann Frage 14 Gibt es etwas, was du schon immer über Keduma wissen wolltest und wenn ja, was? Also hast du dich immer mal irgendwas gefragt, was mit dem Thema Keduma zusammenhängt oder, ähm, gab es das noch nie? Gab es noch nie Gab es noch nie? Also ich habe keine Fragen Okay Wurde mir schon aufgeklärt Ja Am Anfang Also du hast für alle neue Sachen sofort eine Antwort und eine Erklärung bekommen? Ja Okay Ja, wenigstens das kriegt unser Sud noch hin, der kleine Schlingel Ähm, Frage 15 Wenn du in die fiktiven Keduma-Länder, Sultanien oder Euland reisen dürftest, um dort für zwei Wochen Urlaub zu machen, welche drei Sachen würdest du mitnehmen? Ich packe meinen Koffer und nehme mit Ja, ich packe meinen Koffer und nehme Sud mit Okay Okay, ja Warum? Warum ausgerechnet den? Und ich, ich meine, ich kann es verstehen, warum du ihn in einen Koffer sperren willst, aber warum willst du ihn denn ausgerechnet mitnehmen, besonders wenn man Urlaub machen will? Ja, weil, damit ich nicht alleine da bin Okay, okay, okay Na gut Die erste und einzige Person, die freiwillig in den Urlaub Sud mitnehmen will Ja, Sud, kannst du dir was drauf einbilden Okay Also du nimmst deinen Ehemann mit, ja? Und was noch? Und, ähm Was zum Lesen Ja Und Freude Freude Gute Laune Gute Laune, ja Ja, gute Laune ist immer gut Ja Ja, euren Sohn, den lasst dann hier den Haushalt machen und die Meerschweinchen quälen Und, ähm Ihr geht dann erstmal auf Trader für die Finde ich, finde ich eine ganz, ganz tolle Einstellung von dir Herrlich Der Mann nimmt so mit, den Sohn lässt du zu Hause Das ist super Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, ist vorbei Frage 16 Was machst du, um dich in deine Rolle einzufühlen? Also bereitest du dich irgendwie speziell drauf vor, wenn du synchronisierst Gehst du vorher nochmal eine rauchen oder gehst du Bungee Jumping machen oder, keine Ahnung, machst Du gefährliches Dunst mit dem Motorrad oder lässt dich anzünden Dann gehst du mit Oma Inge um die Häuser und zündest Altkleidercontainer an, ich weiß es ja nicht Nein, ich bin da entspannt und das ist auf mich zugekommen Ja Also immer vor einer Rolle versuchst du dich zu entspannen Ja Okay Nun kommen wir zu Frage 17 Hältst du dich immer streng ans Drehbuch oder improvisierst du auch schon mal? Ich halte mich an dem Drehbuch Okay Du sprichst da lieber immer professionell ein? Ja Okay Frage 18 Wie schwer ist es für dich, Emotionen und Gefühle in deine Rollen zu stecken? Also wenn Sud jetzt zum Beispiel zu dir sagt, bei der nächsten Szene musst du herzhaft lachen oder auf Kommando weinen, kannst du das auf Anhieb oder brauchst du da mehrere Versuche? Ist es leicht oder ist es schwer für dich? Nicht mittelmäßig Also manchmal klappt es und manchmal nicht Ja Okay Frage 19 Was wolltest du schon immer mal deinen Fans sagen? Hallo Fans Ich wollte euch sagen, wie toll ihr uns liked Und ihr seid klasse Und macht weiter so Ja, das waren nochmal richtig schöne, nette Worte an die Fans Ja, die letzte Frage Dann verschwinde ich wieder im Puppenfundus und nerv dich nicht länger und du bist mich wieder los Ähm, Frage 20 Würdest du auch weiterhin aktiv als Sprecherin sein wollen? Ja, das werde ich bleiben Ich werde aufrecht bleiben Das würde ich wieder mal nie mehr verlassen Oh je, war das jetzt ein Versprechen oder eine Drohung? Ein Versprechen Ein Versprechen, natürlich Ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die nächsten Projekte mit dir Ich weiß jetzt nicht, was in Zukunft geplant ist Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieses oder nächstes Jahr noch die ein oder andere Sprechrolle auf dich zukommt Das kann ich mir gut vorstellen Wir freuen uns auf jeden Fall über deine Stimme, wenn wir sie in den Filmen hören Und wir freuen uns auch auf die kommenden Projekte Und ich habe mich riesig gefreut, dass du heute dir die Zeit genommen hast bei diesem Podview Ähm, ja, meine lieben Freunde Das war Mandy S, die Frau vom Chef, vom Kedomer Chef für Sud James Ähm, ja genau, eine letzte Frage habe ich eigentlich noch Ähm, warum heißt Sud mit Nachnamen James und du es... Weil er so genannt Ja Ja, weil er so sich genannt hat Also, weil er so ein Schlawiner Und, 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 und du wolltest nicht Mandy James heißen Da musst du lachen Ja, jetzt wird es theologisch Jetzt wird es komisch Gut, dann nochmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast Und, ähm, ja, wir freuen uns Aber, Mandy freut sich, dass es vorbei ist Ähm, wir freuen uns, ähm, auf das nächste Podview Ich freue mich, ähm, wenn ich euch das nächste Mal Oral wieder befriedigen kann, ne? Ohr wegen Hören, verstehst du? Nicht Oral, sondern Oral Ja, ich weiß, ich hatte Den hatte ich schon letzte Mal Ich weiß, es, es, es wird, es wird nicht besser Es wird nicht besser, ne? Auch wenn man den Witz öfter erzählt Na gut, ähm, danke fürs Zuhören Ich freue mich auf die nächste Folge Und das war's mal wieder Von mir, dem Luzi Und dem Keduma Podview Danke und Tschüss Und das war's mal wieder